So, damit kommen wir zu Platz 5, und zwar die Neubüderschule Bikini Bottom Crew. Wir kommen zu Platz 4, die Goethe von Goethe-Gymnasium. So, ab jetzt wieder die gesamte Crew hier auf die Bühne, nämlich auf Platz 3 haben es geschafft, die macht wieder die freie Balllaufschule, Black Pearl. So, ab jetzt wieder die Bühne. Platz 2, der 5-Steine-Kommer von der Neubüderschule. Den gesamten Koller bitte hier nach vorne. Können wir auch. So, und Beifall für den 5-Steine-Kotter. Das Training hat sich ausgezahlt, Männer und Frauen. Frauen und Männer. Und in diesem Falle also Platz 2. Und damit kommen wir zu Platz 1 mit einer Minute, 6 Sekunden, 32 Hundertstel. Das Schaft-Gymnasium KSO-Schüler-Team. Und wer ist Robin? Robin, wo bist du? Wer ist Robin? Robin, wo ist Robin? Robin, Tommi, hast du Geburtstag? Gratuliere herzlich! So, wir grüßen und gratulieren den Geburtstagskind. Das Geburtstagskind hält auch gleich den Pokal hoch. Platz 1 für das Schaft-Gymnasium. Herzlichen Glückwunsch! Vergesst mal, den Windkreis krieg ich ihn nicht sauber gehalten. Krieg ich ihn nicht sauber gehalten bei dem Wind. Krieg ich ihn nicht sauber gehalten bei dem Wind. Krieg gemacht! Krieg ich ihn nicht in hohe ! Kor innervaisira! Krieg ich ihn nicht. Schnell dich nicht. Krieg wir uns jetzt! Krieg diche! Ihr nächsteracks-Gymnasium tr pok roots dann! ее Brücke! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018